Ich bin ein Künstler, der in gewisser Weise auf das aufbaut, was ihm die Familie überlassen hat. Also bei mir ist die Familie extrem wichtig. Meine Mutter hat sozusagen die Politik in die Familie gebracht. Diese Transparente, die sie gemalt hat, die sind extrem akkurat gemacht. Und dann haben meine Schwester und ich einfach angefangen, das anders zu handhaben und haben eigene Plakate gemalt und haben auch dieses Moment von Dada da wieder reingebracht. Obwohl wir natürlich damals Dada jetzt nicht so kannten, aber dieses Dada-hafte irgendwie daran, das war für uns extrem befreiend. Ein einzelnes Bild hätte nicht diese Kraft. Die Kraft kommt eigentlich durch die Anzahl der Bilder. Deshalb ist es wichtig, unterschiedliche Personen darauf zu sehen. Und jetzt da in der Ausstellung sieht man zum Beispiel einen alten Mann. Man sieht eine Situation in Amerika mit Amerikanern, einem schwarzen Amerikaner und einer schwarzen Amerikanerin. Und man sieht eine helläutige Frau einzeln auf einem Bild. Und das ist schon ein gewisser Querschnitt irgendwie. Das Bild im Bild, das Plakat, was jemand hält, der dann fotografiert wird, das ist natürlich naheliegend, irgendwie genau das zu verändern. Und das habe ich in anderen Serien auch gemacht. Ich habe sie für die Personen gemacht. Also ich habe versucht herauszufinden, was würde da in die Situation und was würde zu diesem Mensch vielleicht gut passen. Wichtig ist, dass man es nicht dechiffrieren kann. Also dass es nicht auf eine Situation zeigt oder auf einen politischen Mangel zeigt oder sowas, sondern es ist im Prinzip so eine Floskel für Kunst. Vor ungefähr drei Jahren habe ich nämlich entschlossen, meine Arbeiten nicht mehr zu verkaufen, also nicht mehr in diesen Kreislauf des Kunstmarktes, also des Verkaufsmarktes irgendwie einzuspeisen, sondern meine Arbeiten einfach wirklich nur noch zu plakatieren. Jede Kunst ist politisch, weil es immer ein Lebensentwurf ist. Ob der Künstler das nun will bewusst oder nicht, ist es natürlich eine Aussage darüber, wie die anderen Leute leben. Wie mit der Künstler das nun in der Künstler in der Kaiischen Vielen Dank.